so ein kleines vorwort noch und zwar handelt es hier natürlich um den smite public test das heißt es können fehler auftreten und irgendwelche bugs noch da sein die könnte dann natürlich auch hier im forum melden das ist auch alles verlinkt unten und dann sage ich viel spaß mit dem video so hallo herzlich willkommen heute ein kleines tutorial bzw will ich euch zeigen wir jetzt schon mit dem neuen gott zu sagen und spielen könnt und auch für die zukünftigen patch wie das funktioniert ich habe jetzt die videos gesehen auf youtube dazu scheiße man irgendwie muss es funktionieren irgendwie muss man damit spielen können und habe ein bisschen nachgeforscht und bin jetzt hier drauf gekommen im forum gibt es hier die public test server and other special testings und zwar gibt es eine anleitung den link werde ich in die video beschreibung rein stellen damit ihr das auch findet wie alles funktioniert also im prinzip ganz einfach ihr klickt auf die seite und klickt dann auf diesen link quasi eröffnet sich dann und dann kommt diese datei zum speichern das ist dann quasi ein extra launcher quasi smite als testversion und das downloadet ihr euch einfach und installiert ist der download dauert etwas und ja dann startet ihr es einfach und dann sehen wir uns gleich in game so wenn euch dann eingeloggt habt dazu noch könnt ihr lockt euch mit eurem ganz normalen login daten ein wie ihr euch ganz normalen smite einloggt kommt ihr rein bei mir hat alles direkt funktioniert ich hatte alle gods hier ist der susano den gucken uns gleich noch ganz kurz an gibt schon ein skin zum kaufen kostet einen gunst wenn ihr das den gott noch nicht haben solltet könnt ihr das gott pack freischalten kostet dann glaube ich eine gunst also ist dann eben freigeschaltet einfach ich sehe auch gerade ich habe hier mastery level ist ein bisschen niedriger also das quasi einfach ein spät früherer zeitpunkt von mein account und ja falls ihr noch fragen dazu habt schreibt einfach in die kommentare ich würde mich freuen wenn ihr einen daumen hoch gebt wenn euch das video geholfen hat ich denke mal das fragen sich einige können dann auch erstmal hier reingehen dschungel practice geht rein da könnt ihr auf jeden fall mit dem schon mal ein bisschen üben ich hoffe auf jeden fall euch hat es weitergeholfen wie gesagt ich habe mich da einige tage lang geworfen haben mir gedacht so wie geht es muss irgendwie gehen weil es gab irgendwie auch nicht so irgendwie weiß ich nicht gab halt viele die das spielen konnten und ja ist wohl auch kein großes geheimnis die servicen online wird später auf jeden fall noch ein gameplay video davon kommen jason hat sich am tag schon hingesetzt und hat ein bisschen an dem bild gearbeitet und das bestmöglichste bild rausgesucht und da wird man auf jeden fall noch drüber ein video machen und ja dann sag ich mal danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao